Okay, schauen wir uns einmal das Projekt im Gesamten an. Du hast einmal hier im Media Pool verschiedene Timelines und zwar einmal die Audio Visualizer und die Tutorial Timelines und du hast hier den Materialbind, in den quasi alles reingespeichert werden kann, was du an Audio und Bilder und so weiter nutzen möchtest. In der Audio Visualizer Timeline gibt es zwei. Einmal die Audio Visualizer an sich und einmal die Audio Visualizer im 1x1 Format, zum Beispiel für Instagram. So sehen sie halt im 1x1 Format aus. Sie funktionieren allerdings trotzdem immer gleich. Wenn du deine eigene Audio importieren willst, ist es ganz wichtig zu wissen, dass diese Audio Visualizer zwei Audiodateien brauchen. Einmal die originale Audiodatei, die du im Video hören möchtest und eine Audiodatei, die die Animation treibt. Die Audiodatei, die die Animation treibt, muss eine Wave Datei sein, die kleiner ist als 50 MB. Eine kostenlose Seite, auf der du deine Audio konvertieren kannst, ist Cloud Convert. Hier kannst du deine Audio hochladen und unter Convert to Wave einstellen. Unter Einstellungen kannst du hier die Bitrate nehmen. Wenn deine Audio über 50 MB ist, dann kann diese auch ruhig runtergesetzt werden auf 64 KB. Und dann kannst du das Ganze konvertieren und dir in einem Ordner herunterladen. Zuallererst importieren wir uns unsere hochauflösende Audio, die wir dann im Video hören wollen und legen sie direkt unter die Fusion Komposition von dem Audio Visualizer, der uns gefällt. Anschließend verlängern wir die Komposition so lange wie das Lied geht und gehen danach in Fusion. Hier suchen wir uns den orangenen Kasten mit den Settings aus, suchen die Waveform und in der Waveform müssen wir die Audio neu verlinken. Wir klicken dazu auf Browse und suchen dazu die Audio, die wir gerade eben über Cloud Convert runtergeladen haben und klicken hier auf Öffnen. Wenn die Waveform einen Modifier hat, dann müssen wir die Audio auch hier im Modifier neu relinken. Dazu gehst du auch wieder hier auf Browse und suchst dir die entsprechende Audio aus. Und dann updatet sich das Ganze automatisch. Hier wo Logo und Text steht, kannst du hier auch ein anderes Logo einfügen, indem du ganz einfach ein Logo aus deinem Ordner hier hereinziehst und mit dem Merge verbindest. Wenn dein Logo zu klein ist, kannst du in das Merge gehen und hier die Size anpassen und die Position ändern, wenn du das möchtest. Um deinen nun erstellten Audio Visualizer zu exportieren, gehst du hier hinten in den Deliver Tab. Gehst mit dem Cursor zu dem Anfang, drückst I, gehst mit dem Cursor ans Ende und drückst O. Dadurch wird alles, was in dem Marker markiert ist, exportiert. Hier oben kannst du dann deinem Audio Visualizer einen Namen geben und einen Speicherort suchen. Anschließend exportierst du das Ganze am besten als MP4 mit 25 Frames die Sekunde mit 12 KB pro Sekunde und klickst auf Add to Render Queue. Jetzt kannst du hier drüben auf Start Render gehen und dein Audio Visualizer wird exportiert.